Wir haben den 26., oben dran ist der Phönix an den Hüpfen. Zuerst er hinten runter. Ich ziehe es bis zu einer Steine. Und hier ist die Backstelze. Jetzt wieder einmal die Backstelze und der Phönix im gleichen Video-Ausschnitt. Jetzt sehen wir sie ganz schön. Jetzt setze ich ihn zum Flug an und blühe wahrscheinlich hier drüber. Ich warte noch kurz. Das ist der Phönix runter. Vorher war noch hier im Spass. Zwei Spalbe habe ich heute Morgen schon gesehen. Jetzt hört man sie noch. Vielleicht sieht man sie. Backstelze. Motocilla Alba nennen sie sie. Oder nehmen wir sie. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das Ende ist eben da übergeflogen, aber auch nicht, hinter dem Dach. Die Backstelle ist jetzt wieder vorbei. Hier sind noch Spatzen. Oder ist es der Phönix? Das sind Spatzen. Hier ist der Phönix. Ich denke, das ist gut oder so. Das sind jetzt über 6 Minuten. Da ist er. Der Phönix mit dem Rohr. Das ist der Phönix. Das ist die nächste. Ich habe gesehen. Jetzt gehst du dich hier hoch. Das sind jetzt beim Nachbrennen. Das ist der Phönix. Das ist der Phönix. Das ist der Phönix. Dort oben ist das nächste. Das sind 2 oder 5. Das sind keine Spatzen. Hier kommt jetzt der Phönix. Das ist der Phönix. Da noch mal gelögen. Vielleicht ist er nörg. Jetzt habe ich wieder einmal mit den Backstädten Jetzt habe ich den gleichen Videoausschnitt aufgenommen Jetzt ist es um 08.18 Uhr Wir haben den 26.08.2022